So, der Frank mit der Maule. Ohne Sterne, wohlgemerkt. Ohne Brillblumen. Er hat sich doch weggetraut. Die Gernot-Bruckmann-Maule ist das. Mit was für einer Spannweite? 2,80 m. 2,80 m und 100 Kubik. 11 Kilo. Boxer von, was war das? DA-100. Sehr schönes Modell. Bei euch am Weg kann ich es nicht finden. Du musst da ein wenig üben, dann kann man da nicht lang. Du musst da ein wenig üben, dann kann ich es nicht finden. Und dann kann ich es nicht finden. Du musst das nicht finden, dann kannst du den Kilo gehen. Du musst das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020